Musik Musik Ja, ehrlich! Ja, da sieht man sich nicht, da kann ich ganz drüber gehen. Nach vorne, nach vorne. Dinos, ziehen! Dinos, ziehen! Henry, komm! Leiner, komm! Dinos, Mensch! Hörst du ihn? Dinos, schieß! 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 Ah, guck mich, Brügel! Henry, komm! Komm, Henry, komm! Weiter, 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 weiter! Couldn' trust! Cousin! Get west начал! 2, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1, Gut libro! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Gut Mateo! Gut Mateo! Gut, super Henry! Langsam, langsam! Hol mal uns, langsam! Henry, nicht schießen! Henry, geh hin! Hygion, mich schießen! Bild sieht's aus, entfernen wir Fahnen, noch avoirtsamhetof, viel Gefangennis nicht mehr Das war's für heute. Ah, guck mal! Super, und komm! Jawoll! Belegen! Gut, Leo! Jawoll! Gut, Leo! Jawoll! Gut, Leo! Ich hab ihn gelohnt! Ich hab ihn gelohnt! Ich hab ihn gelohnt! Nach vorne! Nein, ich hab ihn auch gelohnt! Boah, Mann! Ja! 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 Ich spiel! Wir können auf ihn aufgehen! Komm! Ja! 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 Leider? Ja! Ja! Ja, gut! Ja, gut! Ja, gut! Hüt, du! Hüt, du! Tär Просто mal an und und und. Der Ball hat noch gefasst. Foul! Nööööööööellomä. Komm Kristin. Komm Kristin. Auf geht's! Das war's für heute. Musik 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 Auf geht's, auf geht's, schwere! Jawohl, Matteo! Oh, nicht wegdrehen! Jawohl, auf geht's! Ja! Fiel, fiel! Fiel, dann komm! Fisch, dann komm! Fisch, dann komm! Fisch, dann komm! Geh, Henry! Geh vorbei! Geh weiter, Henry! Geh, Henry! Max, убит! Ja, Henry! Ja, Henry! Da geht's doch bald! Das ist doch so für mich jetzt! Komm, kippe dich rein! Philipp, Philipp, yes! Tschüss! Komm, 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 weiter, weiter, weiter! Hey, Schiri! Komm, komm, weiter, weiter, weiter! Ja! Ja! Ja, ja! Musik 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 Trämpfelle, Trämpfelle 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 Henni, pass auf Abseits! Das war nichts, wir haben super gespielt, das war das beste Spiel von der Reihe Jugend, wo ich bis jetzt gesehen habe, ihr könnt nicht stolz auf euch sein, haben wir halt jetzt verloren, ist egal, aber ich habe ja gesagt, wenn wir kämpfen und wir verlieren, haben wir uns nichts vorgewerfen und das haben wir gemacht, wir haben gekämpft durch den Umfall, das war super für mich.